Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und wir spielen heute mal wieder eine Runde Mörder-Mystery, deswegen ich bin gespannt, wann du wieder Mörder sein wirst. Moment mal, Kater. Es war immer so, dass du Mörder warst und du hast mich weggeschnitzelt. Ich hatte gar keine Chance. Ach, eh, ja. Manchmal. Ich war noch nie Mörder. Noch kein einziges Mal in der ganzen Zeit. Noch nie? Noch nie? Ja, noch nie. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen in die erste Runde. Und zwar bin ich heute mal beides. Mörder und Detektiv. Wie beides? Guck mal, Kater. Ich hab dich hier im Blick. Wenn du gleich ein Schwertchen hast, ne? Nein, 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 Kater. Nein, nein, nein. Was sind deine Chancen? Das verrate ich dir nicht. Das ist komplett privat. Ich bin Inno. Na, okay. Aber ich hatte 19% Mörderchancen. Was echt krass ist eigentlich dann? Okay, Kater ist Mörder. Was bist denn du eigentlich? Ja, das ist privat. Ich sehe bei dir oben rechts jetzt gerade im Video, da steht ganz in rot, Mörder steht da. Nein. Doch, Kater, ich sehe das. Okay, das steht da. Ja. Detektiv wurde getötet. Der, 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 ähm, hier. Der, äh, wie heißt der? Nein, 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 der war hinter dir. Der, der, wie heißt der denn? Die Kater kommt zu mir hin. Ja, wo ist er denn? Ich bin down. Der war unten drin im Schiffchen. Oh Gott, ich bin, ich bin noch am Leben. Bei mir klappt noch, alles sieht wunderbar. Oh Gott. Das schaffst du, Kater? Moment mal, wo bist du denn? Na, hier. Oh, ich sehe dich gerade. Und wo ist er? Oh, das ist der bestimmt, oder? Oh ja, das ist er. Ich gehe einfach hoch. Ich gehe hoch, ich gehe hoch. Renn, renn, renn. Renn, renn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das war so knapp gerade. Gold, 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 gold. Wo ist Gold? Da ist ein Gold. Ich habe noch gar kein Gold, außer das hier jetzt so. Das hier und das hier. Oh Gott, oh Gott. Ich hatte sechs Gold und da hat er mich weggeschnitzt, Kater. Der Bogen wurde wieder fallen gelassen. Oh, oh. Aber wo ist er denn? Der ist unten mit Sicherheit, ne? Ich glaube schon. Oh je, okay, warte mal. Ich habe jetzt vier, fünf Gold. Oh, sehr nice. Der schnitzt dir die ganze Zeit Leute weg, Kater. Oh, oh. Das ist ein richtig guter Mörder, glaube ich. Ja, ich glaube auch. So, warte mal. Ist hier noch ein bisschen Gold, oder? Ja, da ist er gut. Und hier ist... Ah, da hinten. Okay, ich habe jetzt sieben Gold. Das nützt mir bis jetzt noch nicht so viel. Warte mal. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. What? Oh nein. Oh, wow. Das war... Oh, wir haben gewonnen. Oh, nice. Moment mal. Der war im Regen. Ja. Ach so. Nice. Wir haben die Runde gewonnen. Okay, neue Runde, neuer Mörder. Yeah. A.K.A. Epic Stun. Nein. Doch. Kater, das ist unfair alles. Bei Mörder Mystery sind wir wirklich so... Naja, wir trauen uns nicht gegeneinander gegenseitig. Wir trauen uns einfach nicht gegenseitig. Weißt du, was ich meine? Also, mir kannst du vertrauen, aber dir traue ich kein bisschen. Bist du denn Mörder? Hm, vielleicht. Ich bin Mörder. Ich hab das im Auge, Kater. Ich hab das im Auge, Kater. Ich hab das im Auge, Kater. Ich hab das im Auge. Du hast jemanden weggeschnetzelt. Warum ich? Ja, ich hab's ganz genau gesehen. Ich war's nicht. Oh, okay. Ich hab zwei Gold. Ich hab Gold aufgesammelt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber wo wurde denn hier wieder jemand weggeschnetzelt? Oh, bitte sei nicht der Mörder. Wo bist du denn? Ja, das ist geheim und privat auch. Ich bin hier bei diesem komischen Ding. Oh, da bist du. Kater. Hallo. Hilfe, Hilfe. Ich mach doch nichts. Ich will doch nur Gold. So, ein Gold noch. Ich hab grad drei Gold erst. Hier ist ja gar nichts. Hallo. Kater, soll ich dir was cooles zeigen? Die Leute wollen hier rein. Was denn? Oh, ich hab... Oh, nice. Ich hab zehn Gold. Oh nein, ich hab nur sechs Gold. Wo bist du? Ich bin weg. Oh, oh. Hallo. Nein, ich hab den Bogen ausgerüstet. Ach, Mann. Oh nein. Ja, ich hab gewonnen. Nein. Ach, Mann. Ach, Mann. Ich hatte meinen Bogen schon am Start. Ich hab richtig schlecht gespielt. Oh, Mann. Wow, ich hab so schlecht gespielt. Oh, Mann. Wusstest du, dass ich Mörder bin? Ja, ich hab's gedacht, weil du schon... Weil Leute weggeschneitzt und wurden, hast du so gemacht... Ja, na, 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 na. Ja, ja, na, na. Ach so. Okay, auf jeden Fall war das schon mal eine richtig gut Runde. Und ich würde sagen, gleich geht's weiter. Äh, ich bin auch wieder Mörder. Ja, okay. Nein, ich bin diesmal wirklich kein Mörder. Du bist Mörder, Kater. Ich bin kein Mörder. Du bist jedes Mal Mörder. Was bist denn du? Das darf ich leider nicht sagen. Bist du Mörder? M-m-m. Bist du Detektiv? Oh, ist das jemand umgebracht worden? Und noch einer. Ja, ich weiß, warum du das so gut weißt. Weil du die weggeschnetzelt hast, Kater. Ich gehe hier ganz genau alles analysieren. Ich sag's dir. Ja, ich auch. Wenn ich dich jetzt hier mit einem kleinen Schwertchen erwische, Kater. Oh, oh, oh. Moment mal. Ist da... Wurde gerade die weggeschnetzelt? Nein. Äh, nein. Ha! Oh, oh. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, das ist so neben mir. Weißt du, was ich mein... Oh, wow. Ja, ja, ich hab auch. Aber bei mir ist hier kein Mensch gerade. Da ist jemand. Doch, doch. Bei mir sind ganz viele, aber... Oh, oh. Ich weiß... Nee, nee, nee. Der ist ja auch kein Mörder. Nein, die zwei sind's auf jeden Fall nicht. Wo denn? Also, ich bin hier auf jeden Fall mit Leuten. Die sind's auf jeden Fall nicht. Also, der Rot ist es nicht. What the... Wer ist... Könnte das denn sein? Ich weiß es nicht. Du bist es. Nein, du bist es. Hör! Nicht im Bogen! Kater, ich bin's wirklich nicht. Du bist Detektiv. Oh, oh. Ja. Kannst du mich bitte beschützen, Kater? Nein. Doch, bitte. Ich komm zu dir. Bitte beschütze mich. Du musst mir vertrauen. Ich vertraue dir nicht. Doch, doch. Kannst du mir wirklich vertrauen? Wir sind ein gutes Team und dann gewinnen wir, okay? Mhm. Kater? Nein. Hallo? Ich schieße dich ab, wenn ich dich sehe. Ich bin hinter dir. Ich war's nicht. Ich kann's nicht gewesen sein. Hey, doch. Du hättest... Hättest du gewesen sein können? Nein, ich kenn's gar nicht. Da... Da... War das der Mörder? Also, der Rote oder das Mädchen? Nein, das Mädchen ist es. Das Mädchen ist es. Welches? Selina? Ja, ja, ja. Die, 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 die... Wo ist sie? Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Hä? Nein. Hä, wo ist sie denn? Ich bin down. Wo ist sie denn? Ich weiß es nicht, Kater. Das ist eine unfaire Sache hier schon wieder. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ich wurde eiskalt weggeschnetzelt. Ah, ist sie das? Vielleicht ist der Mörder auch jemand anders. Oh nein. Oh nein. Ich... Warte, bist du es? Nein, du bist nicht mehr da. Nein, ich bin, die wurde weggeschnetzelt. Oh nein. Oh nein, was? Moment mal. Nein, der dich auch weggeschnetzelt. Och nein. Das war so close. Och man. Ich dachte, dieses eine Mädchen wäre Mörder, aber... Och man. Och man. Okay, neue Runde. Aber du warst ein guter Detective, Kater. Naja, geht so. Ich habe nicht meinen Job erfüllt. Hm. Und du wolltest mich abschießen. Was soll das denn eigentlich? Du hast echt so gewirkt, als du hast du Mörder, okay? Nee, doch. Kater, mir kannst du immer vertrauen. Ich bin nie Mörder. Ah. Ich bin wirklich nie Mörder. Ich bin Eno. Ja, ja, ja. Und du? Ja, ich auch. Sicher? Hm. Du warst halt sonst noch nix. Also, hm. Hm. Vielleicht bin ich auch Detective. Hm, hm. Äh, wie, hm, hm. Hm, hm. Doch, doch. Hm, hm. Ich habe schon einen Gold, Kater. Wie flaschst du? Hm, gar keinen. Ich finde hier gerade nix. Och man. Was ist denn hier los? Die treffen sich hier alle. Hey, Leute, ne? Hallo, Kuppen treffen. Ich bin beim Detective, Kater. Oh je, der wird gleich umgebracht von dir. Ich sehe schon. Moment. Ah, ich kenne die Map jetzt. Aber, wie ist... Kater hat ihr mit umgebracht? Nein. Kater, das warst du. Ich war es nicht. Oh, oh. Ich war es echt nicht. Ich habe zwei Gold. Ja, ja, ja. Ich war es nicht. Ich war es. Nicht, ich hieß noch mehr Gold. Ich habe so Angst vor jedem, der mir hier entgegenkommt. So, warte mal. Hey. Oh, Kater, will ich mich erschrocken. Okay, wir beide sind es nicht. Wir beide können es nicht sein. Okay, 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 sehr gut. Okay. Ich bin ein Äffchen. Da, hat jemand einen Bogen. Ah, das ist bestimmt der Detective. Okay, okay. Warte, ich komme hoch. Hallo. Hallo, das ist das beste Äffchenversteck auf der ganzen Welt. Ich habe drei Gold. Ja, ich habe nur drei. Warte mal, sind hier Leute? Nein, aber warte mal, ich muss ein bisschen noch Gold sammeln. Oh, oh, der Detective ist trauen. Okay, guck mal, die hier, die bei uns da hinten ist es auch nicht. Moment mal. Hey, was machst du denn da, du kleines Äffchen? Hallo. Na? Sehr gut. Warte mal, Kater, aber es kann jederzeit sein, dass der Mörder hier einfach reinkommt. Gold. Wir haben gewonnen. Ja, abzusehen. Nice. Und wie sind deine Chancen? Erzähl mal. Hm, 50-50. Sicher? Hm, ja, klar. Nein. Ach, Mann. Oh, ich bin Inno. Was bist du? Ich bin auch Inno. Du bist heute nur Inno, gell? Ja, ja, ja. Und du bist nur Mörder heute. Aha. Kater, ich habe dich im Visier, natürlich. Du bist mich immer im Visier und dann bin ich es teilweise gar nicht und dann sterbe ich wegen dir. Oh, oh. Ja. Und wo bist denn du? Warum gehst du die ganze Zeit so nach links schlagen? Weil wir gerade einen Pikmin weggeschnetzelt haben. Oh, hallo. Dann guck mal, den kannst du auch weggeschnetzeln. Ach, doch. Was bekommt man? Nur gar nichts. Ich mache dem gar kein Damage. Ich hole Gold. Nicht, dass du der Mörder bist und jetzt alle umbringst. Du bist ja der Mörder. So, zwei Gold. Oh, was ist das denn? Was ist was? Guck mal, da ist ein Golem. Wo? Ah, bei den Äpfchen. Wo kommt der denn her? Was ist denn hier los? Mega nice. So, Gold, Gold, Gold. Wie viel hast du denn? Ich habe erst drei Stück. Ich habe schon vier. Oh, vier. Ich auch jetzt. Sehr gut. Ah, oh nein. Oh, hier ist noch mehr Gold. Oh, Kater, gleich kann ich dich mit dem Bogen weggeschnetzeln. Viel Spaß. Ich mache es zuerst dann. Nein, ich bin noch immer wo. So, warte mal. Nein, nein, nein. Bei mir, die zwei hier sind es nicht. Warte mal, bei mir sind sie auch nicht. Der Pinke ist es auch nicht. Bei mir auch nicht. Wer ist es denn? What the fuck? Wer ist es denn? Ich weiß es nicht. Du bist es. Ich bin es nicht. Ich bin es. Scheiße. Da kommt schnell weg. Kater ist es, Leute. Ich habe euren Leben. Nein, schon wieder. Du warst wieder Mörder? Ja, ich habe voll das Glück heute. Ach man. Wow. Ich habe doch gesagt, du bist immer Mörder. Ja, dici. Aber ich habe ja mega Glück mit den Rollen heute. Weil krass. Stimmt. Okay, aber diesmal bin ich wirklich inno. Also zu 100%. Ich glaub dir überhaupt gar kein Wort mehr. Du warst bis jetzt jedes Mal Mörder. Jedes einzelne Mal. Ja, okay, aber diesmal nicht. Ich war nie zweimal hintereinander. Wo bist denn du? Hallo. Wo bist du? Ich bin unten. Da bei den Pilzchen. Oh, ich hab den Jump nicht geschafft. Ach, Mann. Ah, stimmt. Es gibt ja hier einen Jump'n'Run, ne? Äh, ja. Achso. Moment mal. Ich versteck mich. Ja, du versteckst dich. Hallo. Ich hab dich im Visier. Ja, ich hab dich auch im Visier gehalten. Ja, ja. Okay, ich geh mal nach vorne. Warte, ah, oh, es wurden schon... Moment mal. Ah, warte. Hier hat jemand ein Schwert. Wer denn? Äh, ey, so ein Junge, ja. Oh Gott. Okay, warte, warte, ich bin Detektiv. Okay, sehr gut, sehr gut. Nein, hat er dich? Alles gut, nein, nein, alles gut. Warte mal. Ne, wo ist der denn? Ah, hier oben. Da, im Klauen hier. Ich, what? Nein, das war der Detektiv, was? Ich hab den falschen abgeschossen. Was? Moment mal, der hatte doch ein Schwert in der Hand. Ja, hatte der doch auch. Hä? Moment mal, gibt's zwei blaue? Ja, nein, hä? Was? Moment mal, was war das denn jetzt gerade? Hä, ich dachte, der wäre... Och, Mann. Hä, das war... Der war doch Mörder, oder? Ich hab auch gesehen, dass der ein Schwert in der Hand hatte. Was denn? Hä? Okay, Bug. Wow. Och, Mann, da bin ich einmal Detektiv und dann mach ich alles falsch. Nein, du hast alles richtig gemacht. Das Spiel macht alles falsch. Oh, danke. Bitte. Ich bin... Innocent. Och, Mann. Ich bin auch Inno. Ich werd nur Detektiv und Inno. Echt? Ja. Och, Mann. Nee, warte mal. Und du bist... Moment mal, du bist jetzt safe wie der Mörder. Ja, locker. Ey, wenn jemand hier das jetzt runterdrückt, macht's nicht, Leute, ne? Warte, 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 Karte. Ich helf dir. Bleib dir stehen. Ich drück's jetzt runter und dann wenn's wieder hoch... Ich kann... Kann das noch nicht. Ach, sehr gut. Okay, nice. Wenn's wieder hochkommt, dann beeilst du dich. Dann kannst du auf jeden Fall nicht runterfallen. Ja, okay, okay. Und schnell, schnell, schnell. Ah, so, okay, nice. Oh, Gott, ich hab so Angst, dass du Mörder bist. Äh, du bist bestimmt Mörder. Nein, du bist Mörder. Du hast gerade so schön betont. Diese Runde war ich nur Inno und, naja, Detektiv. Ja, ich bin jetzt auch wieder Inno. Ja. Doch, ich bin jedes Mal Inno. Und guck mal, Karte, solange ich dich anschaue, machst du keine Kills. Ja, weil ich auch innocent bin. Ich kann nix machen. Guck mal, guck mal. Ich geh durchscrollen. Wir sind's nicht. Okay, wir beide sind's nicht. Okay, Moment mal. Oder Moment, hast du jemanden umgebracht um der Jäger? Nein. Wer weiß. Du musst mir vertrauen. Was ist denn hier los? Vertrauen ist hier im Spiel überhaupt nicht da. Wie viel Gold hast du? Da stimmt nochmal jemand. Aber nicht hier, oder? Nee, vielleicht unten oder so. Ich glaub unten. Okay, okay. Äh, äh, so. Ich hab sechs Gold. Wie viel hast du? Moment, mal, vielleicht ist der das, warte mal, der da grad kommt, der da grad weggeht. Dieser rote, siehst du den? Ähm, nein. Dieser Leid, der ist grad um die Ecke weggegangen. Oh, oh. Oh nein. Oh, die muss ich nicht aufpassen. Alle nehmen mir mein Gold weg. Ich hab nur vier Gold. Ich hab sieben. Oh, nice. Der Ziebler wohnt auch nicht. Wer? Es wird jemand umgebracht. Moment mal. Aber wo denn? Vielleicht wieder unten, oder? Ja, nicht hier. Auf jeden Fall nicht hier. Okay, ich hab sechs Gold. Okay, ich hab acht. Nee, der Detective lebt noch. Okay, okay. Okay, sehr gut. Hm, wo ist denn der Sprecher? Der Detective ist da unten. Oh, oh, Moment mal. Wo ist der denn? Noch ein? Da oben. Nee, oder? Hä? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin grad richtig verwirrt, ne? Moment mal. Ja, ich dachte, der Detective wäre da oben. Der ist auch, glaub ich, da oben, oder? Hä? Ha? Der... Du bist es. Moment mal, der ist auch... Du bist es. Du bist es. Du bist es. Katastmörder. Du bist es. Ja, Katastmörder. Oh, oh. Ich hab... Du hast doch mal jemanden getötet. Weißt du, wie gut du eigentlich einen hier durcheinander bekommst? Das ist ja der Wahnsinn. Hä? Was meinst du denn? Nein! Ja! Nice! 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 Ah! Ah! Wie gut hast du das gemacht? Ja, dankeschön. What? Wirklich? Richtig krass war das. Nicht schlecht. Oha. Ich... Hast du da wirklich... Oh, ach du... Was? Ich kann's nicht glauben! Oh, what? Ach, Mann. Das war echt ein bisschen schwierig. Das war krass. Du hast das echt... Ich hab nicht gedacht, dass du es bist. Ich hab's nirgendwo gesehen. Wow! Ich bin so vereintrückt. Ich bin der beste Mörder auf der ganzen Welt. So, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!